Episode 3 Hier eine kurze Zusammenfassung Ich bin so sorry über William Ich habe großartige Erinnerungen von ihm Das war sein Geist für uns Wundervolle Erinnerungen Wir sprechen über deine Super-Power Hey, Stelma und Louise Du bist mein Geschäft jetzt Das ist Rachel's Bracelet Warum hast du mit ihr Bracelet? Du willst mich zu kutieren, Bitch? Bitte, steig zurück Du bist schuldig. Du hast es zu tun. Bitte, aus mir hier! Max! Niemand geht über mich Niemand Was machst du hier, Max? Ich weiß, heute war schwierig für alle Frau Koffi Warum bist du auf der Route mit Kate Marsh? Bitte, erzähl uns alles Was ist das? Max, keine Eclipse war heute Ich glaube, Warren Ich glaube, alles Das war die Zusammenfassung von Episode 1 und 2 von Life is Strange Jetzt kommen wir zu Episode 3 und ich bin sehr gespannt Kate haben wir gerettet Also Max und ich oder wir Und ja, die lebt also noch in dieser Version Ich habe es inzwischen auch mal durchgespielt Nochmal Und da habe ich es nicht geschafft sie zu retten Wegen falschen Antworten Ups Aber in der Let's Play Version von Life is Strange Da lebt sie noch Ja, es ist Nacht Wahrscheinlich die Nacht von Dienstag auf Mittwoch Flatterdinger immer um diese Laterne rum Glühwärmchen, Glühwärmchen Schön, das ist das Wohnheim, denke ich mal Und irgendwo da Da ist auch mein Also das Zimmer von Max Ich weiß gerade nicht mal Aber ja, dem Baum vorm Fenster nach würde ich sagen Ich bin nicht im Erdgeschoss So, Life is Strange Episode 3 Die Chaos Theorie Die Pflanze heißt Lisa Das fällt mir jetzt erst auf Ich habe den Hasen von Kate Warum habe ich den Hasen von Kate? Die hat doch überlebt Strange Das verwirrt mich jetzt Okay, Chloe will uns Will Max vor dem Campus treffen So Ich lasse aber natürlich Ein bisschen warten und schaue mal kurz In den PC Ich bin glücklich, dass die Medien nicht eine Sekunde verletzen, die Kate Jetzt hat sie ein anderes Video von sich auf der Webseite Und sogar ich bin in diesem Oh, zumindest hat die Nachricht nicht meinen Namen noch nicht Also Ich habe sie gerettet Aber dafür gab es ein hübsches Video, was online gestellt wurde Dankeschön Und diesmal bin ich, also Max auch mit in diesem Video Ganz toll So, auch Next Was haben wir noch Hm Besonders Rachel Es ist schon lange, seit irgendjemand von Arcadia Bay Ich sollte nicht so zufrieden sein Also interessanterweise sind hier schon ein paar verschwunden in Arcadia Bay In den letzten Jahren Irgendwie hier kommen wir 84, 97, 2001, 2013 Also nicht allzu viele Aber halt schon immer mal wieder einzelne Ich hoffe, dass diese Leute sie besser verletzen, wenn sie zurück zur Schule kommt Wenn sie so Ah, wahrscheinlich liegt sie im Krankenhaus Ja, stimmt, die lag im Krankenhaus am Ende von Staffel 2 Bis sie wieder besser geht Und ja, dann habe ich scheinbar das Häschen übernommen und besprochen mich darum zu kümmern Eure ich verletze meine Seite oder blöcke alle Ich blöcke alle Ich weiß nicht, wo ich diese Tage hier schaue Max Power Ah, okay Gut Guck mal Guck mal, ich kann heute nicht mal die Pflanze wässern Aber ich kann zum Fenster raus gucken Die Sonnenfensternis, ja Das war schon komisch So Wir füttern mal den Hasen Nicht, dass uns gerade ein Hase füttert Hasen Num 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 Karotte Mann, dem Hasen geht es gut Der kriegt doch noch Karotten gefüttert Num 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 Hey Bunny Kate wird bald zurück Und bis dann werde ich mit deinem ganzen Wim katerieren Dann bringt mir das was Flümp Ja voll Jetzt ist hier ein Ticken heller Mehr sehen tue ich deswegen auch nicht Also wieder Flümp Steht da Ach, das ist mit Glas wohl immer noch So Schuhe, Fotos Was habe ich denn da für Fotos? Eww Ach ja richtig Ich erinnere mich Ich erinnere mich, wir haben hier verschiedene Drohungen gekriegt Hier, ne Erinnern wir uns dran Nobody messes with me Bitch Ja Mein Bettchen gemacht Vom Spiegel habe ich die Drohnachricht einigermaßen entfernt Schauen wir mal, wann geht es eigentlich morgen Das ist ziemlich schwer zu fokussieren auf meiner Klasse Auf 10 Uhr Mit Geschichte Waaah Auswendig lernen Ja Gut, dann würde ich sagen, schleichen wir uns mal raus Tschüssi Mann ist das hier dunkel, aber da ist die Tür offen Okay, das ist schrecklich dunkel Lass es sein Leid Leid Okay, ich habe jetzt also mehr Licht gemacht Wherever you go, there I am Tja, was haben sie da so hingeschrieben So much hypocrite Oh, interessant I'm sorry, Kate Also diesmal tatsächlich, äh, Besserungswünsche anstatt, ähm, böse, böse, äh, Fuck for Jesus So, dann gucken wir mal, eine Tür ist hier offen, was ich auch interessant finde, ne? Geht doch mal spaßes Habereien hier, oder? Dana Hey Dana Hey Dana How are you doing? Better than Kate I just can't believe she would even attempt suicide Tja Jetzt könnte ich entweder Victoria die Schuld in die Schuhe schieben Sagen wir sind alle dafür verantwortlich Oder aber, ähm, ja, einfach nur sagen, sie war deprimiert Ja Ist, ist eine fiese Entscheidung, ne? Normalerweise würde ich sagen, wir sind alle verantwortlich Ob Victoria das wirklich war, ich weiß es nicht Aber, ey komm, ich mochte Victoria noch nie, ich sage einfach mal, sie war's Come on, don't blame yourself There are other people involved, like Victoria Chase She definitely deserves a face punch for pimping that video I didn't do enough to step up Now it's time for serious payback In other words, revenge So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Also, scheinbar hat Victoria das Video sogar noch ein bisschen aufgepimpt Und, ja, ne? Und, ja, Nathan wurde da von der Schule verwiesen Vom Campus Warum das passiert ist, das wissen wir aus Folge 2, ne? Wir haben ja gesagt, ey, Nathan der Arsch Und, ja, mit Knarre rumrennen und 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 Ja, ich sag mal, it's complicated, weil es ist wirklich kompliziert Ich will nicht, ich will dich nicht in das, okay? Nicht immer noch Ich bin jetzt Angst Aber die Leute hier sind noch heute Abend raus Was? Wie, wer? Victoria hat sich hier früher ausgerichtet und jetzt du, Sharla? Nicht ich Ich brauche von heute Geh ein Schlaf auch, Dana Ich will dich später Aha, Victoria hat sich also auch rausgeschlichen Das finde ich doch interessant Und, hey, wir haben die Notebooks einfach immer cool Okay, Trevor ist scheinbar nett zu Dana inzwischen Und, ja, I miss you, Trev, und thank you so much Also, die Zeit sind wirklich zusammen Ich bin ja immer so neugierig, ne? So Dann schauen wir mal Ah, Victoria ist nicht hier Vielleicht werde ich einfach warten und meine Zeit Ich gehe durch ihre Schlaf Ja, machen wir das doch mal, ne? Victoria ist also nicht da Dann schleiche ich mich mal in das Zimmer rein Okay Since I've crossed the line from Snoop to Detective I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party Schauen wir mal auf das Zimmer Oh, well, Victoria und Taylor actually show remorse Okay Okay Sie wollen auf Kate trinken Und sie fühlt sich scheinbar ein bisschen schuldig, wenn ich das hier so lese, dass sie das Video gemacht hat Max Crackfield? Lame Party on, dudes Ah, Nathan hat sich also beschwert, dass ich dafür gesorgt habe, also Max hat dafür gesorgt, ne? Dass sie herausgeflogen ist Ja Und er ist ein bisschen sauer und Victoria Ja Finde das auch sehr merkwürdig Und Ja Der Vortex Club wird auch weiterhin bestehen Bla 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 Gucken, was sie so im Müll hat Das ist eine Menge Bank, nur um die Farbe aus einem Sweater zu schlafen Mhm Der hat also ihr die Farbe runterreinigen lassen Victorias Secret Sie ist ein Geek Okay, ist das jetzt Glow in the Dark Haarfarbe oder was? Ist einfach strange Victoria muss ihre eigene Macht haben, wenn sie Zeit, das von meinem Zimmer gefunden hat Good Job Also sie hat ihr Foto gefunden, was ich von ihr gemacht habe, ne? Mit der Farbe drauf und so Here they are getting loaded with Satan So, was haben wir hier noch? Da ist ein Sticker First Rachel and now Kate This is the end of the Vortex Club Okay, da ist Nix, dann schauen wir uns mal den Schreibtisch von ihr an I'll title this one Portrait de la Assholes Es scheint ein Vortex Club Party Foto zu sein Hier mit Victoria und Nathan Wow, there's Kate Totally high She looks confused Not like she's partying Da ist Kate mit drauf Und angeblich total high Hier noch Die Socken kosten mehr als ihre ganze Garderobe, sagt sie Und ja, mehr finde ich hier scheinbar nicht Wow, I had no idea, Victoria's parents own the Chase Space Victoria is about a street as me But she really appreciate Stott Was haben wir denn in den Boten Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper Also sie hat hier Bei Victoria Chase, ne Das von jemandem ghostwriting lassen Der es besser kann Und dafür eine Eins gekriegt So, jetzt habe ich aber wirklich nichts mehr hier drin, ha Nothing to see here I guess I shouldn't be so bummed Not that Victoria couldn't hide her shit Man, I'm kidding paranoid Schade, ich hätte hier gern was gefunden Aber dann verdrück ich mich lieber, bevor wer kommt Gut Ich finde geil, was mich hier immer so hört, ne Ups, was steht denn da auf meinem Slide alles drauf Was steht denn hier alles Ich hoffe, du wirst bald bald kate Mhm Dumm, da dumm, da dumm Ganz schön laut da draußen, ha Aber gut, wir gehen mal nach draußen Das heißt, stopp, bevor wir hier rausgehen Das ist immer so eine Sache, wenn man geht, dann geht man Erstmal hier noch Chloe Okay, ich soll rauskommen Und dann Kennengelernt habe ich niemals mehr, aber hier Ne Fotos machen Da, ich muss nochmal zurück Ich weiß, wo dieses Bild ist Wollen wir mal ja Bilder machen Eichhörnchen mit links Kann ich mir vorstellen, wo das ist Und wir gehen nochmal kurz zurück zu Victoria rein, weil Ich hoffe, das klappt Ich wusste allerdings nicht, dass man davon ein Bild machen kann Ah, ja, es klappt sehr schön Sieht schon cool aus, wie sie ihren Raum da hat, aber okay Bitch Lass nochmal kurz in den Mülleimer gucken Und dann hier mal gucken Glow in the dark blueberry, aber wie kann ich hier ein Foto machen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie ich davon ein Foto machen will Also angeblich kann ich halt irgendwie hier ein Bild vom machen, aber Joa Nicht so Gucken wir kurz in die Controls Keybeine, gibt es irgendwas zum Fotos machen? Interact, Left-Mouse-Button oder C Schaut schlecht aus, also ein letztes Mal der Versuch Das ist eine Menge Bank, nur um die Schrauben aus einem Schrauben zu schrauben Victoria's Secret Sieht schlecht aus, geht also nicht Ich wüsste nicht, wie ich es hinkriege Schade, aber dann gehen wir jetzt wirklich Dann wird das wohl wieder eins von den Bildern sein, die ich einfach nicht gemacht bekomme Da habe ich leider schon ein paar mehr von Oh Was rum ist denn hier mal so? Oh, wer ist denn hier noch? Tja Ich weiß Victoria muss sein, weil ich sie schrauben aus dem Dorm passen Oh man, wie du siehst? Sie war so nervös, wenn sie die Dorm Sie nicht sogar sagen, wo sie ging Probably zu hell Well, ich muss zu gehen, Crash Es war ein schweres Tag, so wie du Thanks, Max Und es war ziemlich toll, wenn du auf den Ruf zu retten Victoria war falsch über dich Jetzt muss ich alleine sein, für meinen nachtlichen Anxiety attack Oh Gut, haben wir noch was gefunden hier? Also, zu mir reden jemanden gefunden? Ich frag mich, wenn so rumrenne ich einfach Licht anmacht, aber Na gut, hier ist auch ein Lichtschalter, ne? Gut, wir versuchen es also auf jeden Fall jetzt draußen Und schauen wir, was wir hier draußen so finden Auf jeden Fall, Glühwürmchen Mal gucken, ob das Glühwürmchen mit dem Eichhörnchenbild immer an derselben Stelle ist wie immer Entschuldigung Entschuldigung Denn dann muss ich mal in diese Richtung gucken Ja, da ist schon das Eichhörnchen, das ist so cool Ist immer an dieser Stelle Nicht weggehen, kleines Eichhörnchen Komm zurück Komm noch mal vor, kleines Wieso können wir die Lick Hier, die Tür ist jetzt zu Oh Oh Interessant, die Tür ist offen Ja ja, Chloe ist gut Wer wusste, Samuel war so in der Runway-Fashion Okay Ich weiß, Samuel hat nicht silke Scharfe Also, wer macht das? Mhm Seidene Scharfe Wer trägt Seidene Scharfe Ich würde einfach mal jetzt einfach so auf Victoria tippen Weiß es aber natürlich nicht So, da ist auch ein Eichhörnchen Eigentlich ist keins, was mir groß angezeigt wird Und das da habe ich wohl Vertrieben, was ich jetzt echt schade finde Weil das war mein Bild Ach, die Lampe da ist kaputt Das droht ihm da auch Äh, ne, da steht immer noch da rum Tag kaputt So, mehr sehe ich jetzt hier nicht Gucken wir nochmal zurück Gucken wir nochmal zurück Ja, ich habe das Eichhörnchen scheinbar wirklich mit dem drauf zurennen und so vertrieben Sehr, sehr schade, ich mag nicht doch kleines Eichhörnchen Gut, das Bild kriege ich also auch nicht, aber hier würde es wahrscheinlich sein Wer steht denn da? Ist das der Direktor? Strange Ich habe also ein gewisses Problem Okay, ich habe also ein gewisses Problem Dass ich irgendwie ungesehen da vorbeikommen muss Was ich natürlich mal probieren kann, ist Wo kam der Typ her? Ich werde mich einfach mal direkt zurückspulen So weit wollte ich nicht zurückspulen Er ist auf jeden Fall jetzt an der Tür beschäftigt Und weg hier Haben uns jetzt schön an ihm vorbeigeschlichen Aber hey, mit dem Max Super Power Dass er sich nochmal umdreht Und die Schlüssel durchprobiert Ist das ja auch nicht so schwer So Wir sind vor dem Hauptgebäude Und jetzt gucke ich erstmal ganz kurz mein Handy durch Da waren ja einige Nachrichten Und ich habe noch, oh Gott, 10 Seiten geschrieben Zumindest die Bilder gucke ich hier ganz gerne an Ich habe einfach Wow Einfach nicht so die Lust alles immer vorzulesen Das machen wir vielleicht irgendwann mal Wenn es vollständig ist So als Geschichterzählung Können wir das mal machen Machen wir die Geschichtserzählung hier Aber jetzt erstmal noch nicht SMS von Chloe kam noch was Sie hat nochmal nach Max gefragt Von Mom Ja, die vermisst uns Und super Ich bin jetzt der Held schlechthin hier Warren Der will mir an dem 3D Drucker des Labors Ein Superhelden Kostüm bauen Naja Und er zahlt mir das nächste Essen Okay Aber wollen wir mal gucken was wir hier so sehen Trippelt die Krabbel Schleich Ich gucke nochmal kurz an die Fotos Aber ich habe ja hier leider ein paar Fotos schon Äh Verkackt Ich meine ich weiß inzwischen wo diesen Ich weiß inzwischen auch wo das hier ist Und das Foto hier kann man nur machen Wenn man Warren geholfen hat Sauber beim Experiment Na hier da habe ich das Eichhörnchen erwischt In dem habe ich das Eichhörnchen nicht erwischt Das auch nicht Ich weiß inzwischen wo das meiste ist Ich habe nur diese zwei nicht hinbekommen Bei dem ich mir gerade nicht sicher Da weiß ich es immer noch nicht Aber ey Immer grob im Auge behalten Was es so gibt an den Fotos Weil Man will ja auch ein paar Fotos machen So Das hier habe ich leider wohl verkackt Aber mal gucken was wir sonst noch so finden Woa Uff Hey Booyah. Ja, das ist wohl wahr. Wie will man einen Tornado aufhalten, umleiten oder sonst was? Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber okay. Aber sicher ist, wir wollen auf jeden Fall rauskriegen, gemeinsam mit Chloe, wer für diese Sache hier verantwortlich ist und beinahe Kate in Selbstmord getrieben hat. Und ja. Mach keine Witze, ich hoffe es. Oder die Chaos-Theorie. Ich bin für die Chaos-Theorie. Ich sehe keine Kontrolle über dieses Chaos. Oh, genau. Except für deine Möglichkeit, zu... Oh ja, manipulieren Zeit und Raum? Nein, Biggie. Chloe, ich fühle mich einfach weirder über ein paar meiner Entscheidungen. Jo, was ist denn... Lass uns mal über Kate reden. Oh ja. Oh ja, aber nicht nur die. Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. I can still feel David's hand on my face. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. The head alive. Ja, ich denke schon. Alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. Ja, wir müssen also Rachel möglichst schnell finden. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're going to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Okay, also die zwei haben jetzt tatsächlich die Ersatzschlüssel von Blackwell. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day. You can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, uh, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? Oh, they think they get insane. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offer to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that under-skies threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Uh, also sie hat sich gewaltig an den Lea herangemacht und das war schon... Oh, also das waren schon sehr eindeutige Angebote, aber er hat sie sowas von gnadenlos abblitzen lassen und auch die Rohungen einfach übergangen. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. So, wir brechen jetzt also in die Blackwell Academy ein, wie es aussieht. Mal gucken, was wir da drin vorhaben. Die Akten der Schüler sind vielleicht eine coole Sache. Master. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I can't charge us for just entering. I'm serious. Okay, also wir brechen als erstes in das Zimmer des Direktors ein. Sagt sie. Ich bin allerdings mal für kurz mal um die Ecken gucken. No trophy will help Blackwell's reputation now. A long time ago, Nathan got smacked down. Und hier scheint nichts mehr groß zu sein. Ich weiß nicht, ob ich dahinter auch noch gehen will. Angeblich kann ich die Türen öffnen. Die Frage ist, was ich wo drin will. Ich denke, ich gehe erst mal zu ihr und schaue, was wir da so haben. Also ich gucke mal ganz kurz hier. Next. Ich habe eine SMS bekommen. Von der Private Number. Eine weitere Drohung von Nathan, würde ich sagen. Ein Aquarium. Ich kann ein Foto von einem Aquarium machen scheinbar. Rauchen gleich tot. Ein Vogel, der was umhängen hat. Es könnte schon was hier in den Zimmern sein. Ich gehe doch nochmal zurück gucken. Also warum wird nur eine 2 kriegen? Das ist Pelliotisch. Eine Foto von einem Periodischen Teil. Ich wünsche, ich weiß, was Periodischen bedeutet. Ich habe nie gesagt, dass es großartig ist, Troll. Also da kriegen wir jetzt die erste Fotos. Und ich räume natürlich schön den Lüder auf. Ich mache wieder zu, äh aus, zu, ich mache das Licht zu. So komme ich hier auch raus. So komme ich in die Fotoklasse rein. Scheinbar komme ich auch hier rein. Das hat sie also, Kate hat eingereicht für den Contest. Der hat da sein Foto vom Lehrer gemacht. Ich würde es jetzt gerne verunstalten oder verschwinden lassen. Daniel ist ein besserer Illustrator als ein Fotografer, sagte Max, der Kunstkritiker. Ach, das ist ein Foto zum angucken. Ah, jetzt, okay. Habe ich gerafft. Ach, guck mal, wer hat denn da seine Zigarettenpackung liegen lassen? Schade, der PC ist außen, der Drucker. Ja, an das Foto kann ich mich noch erinnern. Das war unglaublich, wenn Herr Jefferson eine Klasse-Picture die erste Woche erinnert. Auch wenn ich überhaupt nicht in der Fotografer sein wollte, war es ziemlich cool, ihn zu Hause zu sehen, dass wir uns auf der Arbeit framen. So, dann gehen wir auch hier wieder raus. Immer schön umgucken, ne? Die Tür geht nicht. Dann folge ich jetzt endlich meiner Freundin Chloe in das Zimmer vom Direktor. Die Tür haben ein eigenes Badezimmer hier, hat, look, was haben wir hier? Ich fühle mich schlecht für den Twi-Hipster, der dieses Beret verloren hat. Ich glaube, er ist süß. Lost and found, also Fundsachen, was haben wir hier? Squirrels wie Kugel. Das bedeutet, Samuel ist... Nein. Wie man die spirituellen Animals füttert, keine Ahnung, wie ich das hier am besten übersetzen soll. So, also hier finde ich nix mehr. Kriegst du es auf? Das ist es. Was zur Hölle? Der Sicherheitsanleiter sollte die Kino des Präsidenten haben. Okay, wo könnte sich ein Schlüssellöffel verstecken? Da ist nix, da ist auch nix. Böreig. Langweilig. Und nur Bullshit. Guck mal, Key Rack. Was hängt da dran? Ganz viele Schlüsse? Ganz viele Schlüsse? Aber... Ich weiß, ich habe nicht genug Zeit mit Frank. Aber ich werde meine DIY-Lockpick-Tools benutzen, während Sie mit einem besseren Plan kommen. Mein Plan hat einen Namen. Hey, Wann, bist du beschäftigt? You busy? Just Bubblehearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs, und wollte ein Gerät, das würde, sagen wir, eine lockdose Tür öffnen, würde man vielleicht auch irgendwie wissen, wie? Nein, ich bin nur für Spaß. Danke, Science Guy. Nein, 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 bleiben Sie. Wir brauchen Sie als Backup. Just sende die Text-Instruktionen, jetzt. Ja, ich bin noch alles in, um mit dir zu Hause mit dir in der Drive-In. Danke für die Hoffnung. So, der bastelt uns jetzt wohl ein Türöffnungsbömschen. Oder was denn da hat? Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm going to go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. So, wir machen also daraus einen kleinen Wettkampf. Uh, zwei Stück Nachrichten von Warren. Und die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Bis dann.